Wie können Sie sich nicht ausdrücken, wenn sie fühlen, dass sie glücklich sind? Oder andere Menschen, die andere Menschen gut finden, aber das sich nicht trauen zu sagen. Und sie machen Gesten. Sie machen das zum Beispiel. Und ich hasse das. Kann man nicht einfach hingehen und sagen, hey, du bist toll. Ich mag dich, du bist lustig oder irgendwas. Nein, nein. Man versteckt sich hinter Gesten. Deswegen musste ich dieses Lied schreiben. Und das Lied heißt Menschen, die mit Händen Herzen formen. Vielen Dank. Menschen, die mit Händen Herzen formen, leben legal unter uns. Dazu bestimmt, sich Würde zu nehmen und pantomimisch Liebe zu geben. Kleine Geste mit gekrümmten Fingern und alle fühlen, dass man fühlt, die Liebe kennt. Keinen Morgen für Menschen, die mit Händen Herzen formen. Unglaublich 3 zu 0 und du neben mir. Ich fang mal an zu formen, Schatz, jetzt sieh doch her, wie lieb ich dich hab. Und kannst du eine Kamera besorgen, während ich performe. Denn dann sieht man auch nicht mehr, wie verlorn ich bin und leer. Und alles, was ich hier noch habe, das bist du. Und wenn ich dich verliere, dann wäre alles eine Lüge, was ich mit meinen Händen suggeriere. Und alles, was ich mit meinen Händen herzen. Vielen Dank. Ja, danke dir, nimm noch Platz. Ja, wonach gelüstet sind die 8 Uhr? Ja genau, wir fragen gar nicht, wir geben einfach 5-fach genau. Ich will auch so was Großes haben. Rein in Schlund und überhaupt, ja. Was ist das jetzt genau? Das ist Martini mit Eis, das ist ein Kräuterlikör aus Turin. Und? Das ist kein Eistee. Ja, schmeckt aber genauso. Schmeckt aber genauso. Genauso süß. Na? Aber, was soll man sagen, wie gesagt, kein Eistee, aber ein bisschen Schuss ist drin. Das kennst du noch vom, wie heißt das, vor Weihnachten, Glühwein trinken und so. Glühwein, ja ja, genau.